Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.200 US-Dollar. Kaum Veränderungen über das Wochenende, ganz im Gegenteil, wir haben nur den Pivot hier mal annähernd mal ganz kurz getestet. Seitdem geht es jetzt wieder leicht nach oben in den letzten Stunden, aber die nächsten Stunden bzw. heutige Tag könnte sehr, sehr spannend werden. Wir haben ja schon im Marktausblick darüber gesprochen, vor allem auch in den Stockmärkten, dass wir heute möglicherweise nochmal ein neues High bekommen, bevor dann am Mittwoch die Fed mit ihrer Zinsentscheidung um die Ecke kommt. Also diese Woche steht auf jeden Fall sehr, sehr viel an, deswegen verlieren wir keine Zeit. Lasst dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gestern kam noch ein neues Altcoin-Update-Video bzw. kommt da jetzt jeden Tag momentan eins. Also verpasst sie nicht, wenn ihr noch in irgendwelche Altcoins investiert sein wollt oder möchtet. Schreibt doch gerne unten einen Kommentar rein mit euren Altcoin-Wünschen auf jeden Fall. So, jetzt aber würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, 42.200 US-Dollar momentan. Wir haben ja unser Hoch letzte Woche hier, oder beziehungsweise am Freitag hier bei 42.850 US-Dollar gehabt. Daraufhin gab es die erste kleinere Korrektur. Alles nicht wirklich schlimm, wir haben einfach diesen Preisbereich, den wir hier zuvor als Widerstand hatten, hier zwischen 41.600 und 41.800 oder 900 US-Dollar, erst einmal wieder als kleinen Support geswitcht. Das heißt, wir haben hier jetzt erstmal wieder so eine kleine Supportzone. Nach unten hin habe ich aber auch schon im Marktausblick darüber gesprochen, dass vor allem diese Zone hier unten zwischen 40.000 und 40.200 US-Dollar sehr, sehr interessant sein wird. Sollten wir, und da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie so andererseits so die ganzen Candles aussehen momentan. Wir haben nach oben hin jetzt keine wirklichen Vector-Candles mehr. Die meisten liegen hier unten zwischen eben 40.600 US-Dollar und 40.000 US-Dollar. Also dieser Preisbereich hier unten könnte sich auch nochmal schön für eine kleine Longposition aneignen für uns in den nächsten Tagen oder Stunden. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie schnell das dann gehen sollte oder wie schnell das von Werk geht. Wir haben unsere Longposition von hier unten noch offen, wo wir ja letzte Woche immer wieder drüber gesprochen haben. Sollten wir hier unten reinkommen, wäre das auf jeden Fall eine Option, die hier unten nochmal zu verdoppeln. Ansonsten aber auch für alle, die noch keine offen haben, kann man dann natürlich da drüber nachdenken, ob man hier nochmal eine eingeht mit einem Risk von knapp 2%, aber dafür Potenzial auf knapp 45.000 US-Dollar. Ansonsten, wir befinden uns weiterhin in der Psi-Range, die sich jetzt am Sonntag hier gebildet hat. Also auch hier keine wirklich signifikante Veränderung derzeit. Wir sind noch über dem Daily Open, wir sind noch über dem Psi-Low. Also hier momentan noch keine richtungsweisende Entscheidung. Das heißt, wir können den Indikator jetzt erst einmal ausmachen. Ansonsten tut sich hier derzeit wenig. Das Einzige, was wir mal ganz kurz gucken können, ist so ein bisschen die Funding-Rates. Und die sind etwas oder ein bisschen mehr nach unten hingegangen. Man sieht es hier oben gut in der Übersicht. Also mittlerweile CoinExcel minus DYDX, die normalerweise immer sehr sehr teuer sind, ist auch mittlerweile minus BINGX unter dem normalen OKX und Binance auch unter den normalen 0,1%. Also das heißt, hier wird vermehrt wieder ein bisschen mehr geshortet, was mich ein bisschen jetzt stutzig macht, ob wir überhaupt nochmal hier runterkommen sollten. Aber gut, das ist jetzt erstmal so die Hauptprognose, dass wir eben hier nochmal runtergehen. Um eben hier die Ineffizienz zu füllen, um das Golden Pocket hier nochmal zu füllen. Und von hier aus dann neuen Anlauf in Richtung 45.600 hier oben möglicherweise zu starten. Weil hier oben ist eigentlich die größte Überschneidung, die wir hier haben. Wenn wir uns jetzt mal das Fib-Level hier von unserem High, wo wir bei knapp 49.000 US-Dollar hatten, bis runter jetzt auf 38.500, haben wir hier oben eben das Golden Pocket liegen, zwischen 45.000 und 45.400. Wir haben den Pivot hier, wir haben die Ineffizienz, also diese Marke hier oben. Das ist eigentlich so das Ziel, bevor wir dann einen größeren weiteren Abverkauf sehen sollten. Es ist alles nur eine Zwischenkorrektur, dass wir jetzt sagen, okay, das war jetzt der erste riesige Abverkauf, dann kommt eben die Zwischenkorrektur in das Golden Pocket nach oben hin, dann kommt der zweite Abverkauf. Die Frage ist, wie tief geht der dann noch, ob der Richtung 35 oder 36 oder direkt runterknallt Richtung 30, werden wir alles sehen, ist momentan noch zu früh. Ich glaube, Ben hat es vorhin in die Telegram-Gruppe geschrieben, dass hier Evergrande jetzt endgültig pleite ist, wird aufgelöst, Baukonzern. Ich habe jetzt einen kleinen Spaß gemacht, die Story ist so alt, wie wenn China Mining verbietet, aber schauen wir mal, was da vielleicht noch reinkommt. Ansonsten wird da wahrscheinlich wieder eher frisches Geld gedruckt in den Markt, was dann wiederum die Märkte wiederum beflügeln könnte, aber gut, schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben kann. Ansonsten, shortmäßig, wie gesagt, aufgrund der Funding würde ich da momentan noch ein bisschen abraten. Wir können uns mal angucken, wie wir dann hier oben nochmal reagieren sollten, hier zwischen, ich sage jetzt mal 42.800 und 43.500 in dieser Zone. Viel Liquidität liegt hier oben nicht mehr. Also wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, die WICs, die haben die meiste Liquidität geboten, die wurden aber natürlich nach unten hin alle aufgefüllt, aber nach oben hin so Abverkaufsliquidität haben wir hier im Endeffekt nicht wirklich. Das heißt, hier oben in Short reinzugehen, man kann es überlegen, wenn man eine Long-Position offen hat, das heißt, man hatcht dann hier ein bisschen rein. 50% Position von der Long, die momentan noch offen ist, kann man mal in Short probieren. Risiko aber derzeit einfach meiner Meinung nach ein bisschen zu groß. News-Lage absolut dünn heute und morgen, also das heißt, heute und morgen steht überhaupt nichts an. Das heißt, wir müssten eher weiterhin eher auf Long hoffen oder dass wir eben gleich den Abverkauf nach unten hinsehen und dann hier unten entweder nochmal die Long verdoppeln oder nochmal in Long reingehen. Jetzt hier oben Short zu gehen, ganz ehrlich, ist mir das Risiko ein bisschen zu hoch. Da hätte es sich vielleicht angeboten, hier bei 42.800 Rester, weil das ist der erste Impuls, zwar mit einer Barrage-Divergence, aber ansonsten würde ich hier momentan erst einmal die Finger stillhalten. Wie gesagt, Funding geht langsam ins Negative, das heißt, die Shorter nehmen schon wieder Überhand. Das heißt, wir könnten hier auch dann eine schöne Short-Liquidität sehen, wenn wir hier einfach nach oben hin durchbrechen. Aber hier oben bei 45k, das ist auf jeden Fall der Preisbereich, wo ich dann safe reinschorten werde, hat einfach den Aspekt, weil hier oben einfach viel zu viele Überschneidungen sind und der Markt, glaube ich, nicht jetzt Richtung 50.000 US-Dollar marschieren könnte, solange wir immer noch Grayscale Bitcoin Trust Abverkäufe haben. Ich glaube, Celsius steht jetzt auch langsam an, US-Regierung will ein paar Bitcoin, glaube ich, auch noch irgendwas verkaufen, irgendwas war da noch. Also der Abverkaufsdruck ist immer noch hoch. Die Frage ist, wie lange kann dieser noch aufgefangen werden durch Käufe? Das ist einfach so die große Frage oder das große Fragezeichen, was einfach so noch ein bisschen im Hintergrund steht. Ja, ansonsten, wie gesagt, Bitcoin relativ ruhig. Wir warten jetzt mal ab, wie hier oben die Reaktionen sind. Sollten wir nach oben hin durchbrechen, ist das das klare Short-Ziel Nummer 1. Ansonsten sollten wir hier die Probleme reinkriegen, können wir immer noch shorten. Long ist dann einfach hier unten angedacht. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Eigentlich auch kaum Bewegungen, eher eine leichte Aufwärtsbewegung hier über das Wochenende. Sogar kämpfen hier auch um den Pivot, so wie bei Bitcoin momentan. Aber auch hier eigentlich überhaupt keine signifikanten Bewegungen. Hier auf den 1-Stunden-Timeframe, wenn wir uns das angucken. Psy-Range relativ hoch, muss ich sagen. Also auch hier bei 2.304 bis 2.260. Es sind zwar nur 40 Dollar, aber es ist trotzdem teilweise echt hoch. Warten wir mal ab, wo sich hier jetzt erst einmal Ethereum entscheidet. Wir haben auch hier so eine kleine Ineffizienz nach unten hin. Ist aber nicht ganz das Golden Pocket. Also dieser Preisbereich hier unten, weiß ich nicht, ob wir jetzt da nochmal hingehen. Wir schauen uns mal ganz kurz das Fit-Level an, von unserem Tief zu unserem High. Würde einigermaßen passen, aber dann würde ich sogar eher hier zwei Positionen dann eröffnen, Richtung 2.225 US-Dollar. Und dann nochmal hier unten Richtung 0.786. Aber da muss der Stop-Loss auch auf jeden Fall deutlich tiefer sein. Das sind jetzt momentan so ein bisschen die Aussichten. Nach oben hin natürlich haben wir hier noch ordentlich was aufzuholen. Deswegen war auch so die Preisbewegung eher so angedacht. Aber durch diesen impulsiven Move, den wir eben auch bei Bitcoin hatten, gehe ich einfach nochmal davon aus, dass wir uns erst diese Liquidität holen und dann nochmal versuchen, hier nach oben hin durchzubrechen. Also auch hier eigentlich kaum Veränderung zu letzter Woche. Erstmal abwarten, eher long hier unten, anstatt jetzt hier irgendwie reinzuschorten. Vor allem bei Ethereum haben wir eher das Problem, dass wir hier eine Ineffizienz haben, hier oben noch eine Ineffizienz, da schon das Golden Pocket ist. Also hier ist es noch deutlich, deutlich schwerer irgendwie reinzuschorten als bei Bitcoin, wo wir eher so eine leichte Seitwärtsphase, also wenn ihr jetzt mal den Vergleich zieht, hier deutlich mehr Seitwärts-Action, mehr größere Zonen, als wenn ihr euch jetzt mal hier Ethereum, wo schnurstracks nach unten hingegen, wo keine wirkliche Konsolidierung drin ist. Das heißt, der Support hier auch relativ schwach ist, beziehungsweise der Widerstand relativ schwach ist, um hier irgendwie reinzuschorten. Ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal ganz kurz auf die Märkte zu blicken. Ich gehe davon aus, dass wir hier, wir müssen nicht unbedingt so stark steigen, aber zumindest beim S&P 500 und beim Nasdaq nochmal neue Höchststände sehen, zumindest bis morgen dann. Und dann, wenn der Fettzinsentscheid kommt und da wirklich gesagt wird, okay, nee, wir müssen die Zinsen doch ein bisschen länger oben lassen, dass dann erstmal ein größerer Dump kommt. Und ansonsten tut sich derzeit relativ wenig. Hoffentlich hoffen wir, dass der Euro heute noch unser Long-Setup erstmal abholt. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal noch schauen. Also Long-Zone habe ich ja auch im Marktausblick dazu gesagt, bei 1,08 Euro. Wenn ihr euch den Marktausblick gerne noch angucken wollt, ist alles in der Gruppe gestern hochgeladen. Und ansonsten war es das, würde ich sagen, jetzt erstmal von meiner Seite, wenn ich es heute noch schaffe, kommt heute noch ein kleines Altcoin-Update-Video, wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen schönen und erfolgreichen Wochenstart. Lasst es euch gut gehen. Hoffentlich erreicht ihr alle eure Ziele und hoffentlich haben wir eine geile Trading-Woche. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall dann spätestens morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.